Willkommen zu meiner Präsentation, die letzten 5 Gründe, warum meine Verlobte, dass meine Verlobte sauer auf mich war, das bin ich, ich bin der Kult. Fangen wir an mit Nummer 1, Start in der Reihe, ich habe mich nachts beim Kuscheln weggedreht, ja das macht man auch nicht Schatz, als Pärchen kuschelt man. Gehen wir lieber zu Nummer 2, ich habe unsere Serie weitergeschaut, obwohl sie eingeschlafen ist. Hätte ich das gemacht, du wärst so sauer, du wärst erstmal weg, wie hätte ich jetzt nicht und zweitens, was kann ich dafür, wie du eingeschlafen bist. Gehen wir weiter zu Nummer 3, ich habe vergessen, wohnst du für das State Road, das überspringen wir mal ganz schnell, gehen wir Nummer 4 an, ja. Ich wollte den Weihnachtsbaum abbauen, weil Weihnachten ja vorbei ist. Ich habe den mit so viel Liebe aufgeführt, keine Wolle, es ist kein Weihnachten mehr. Weiter zu Punkt 5, Fragen wieder am Ende, ich war vorher mit dem Essen fertig, das war natürlich gerade. Ich musste alleine weiter essen, was kann ich dafür, wenn du so langsam isst. Das war die Präsentation, Fragen nehmen wir nicht an und bis zum nächsten Mal.